Guck mal an, Ossi! Oh, ist der süß! Sagen Sie, möchten Sie wirklich das so an der Grenze, das wird der Verlöschen? Was ist das für Text? Das verstehen wir doch nicht, Herr. Genosse auch gefällt. Ich meine, wir haben doch nur Russische in der Schule, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Oh, nein! 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 Ich kenne keine Grenze! Gewalt zu lang! Wer hat noch eine andere Nummer? Was brauchen Sie denn an Ihrem Beutel? Geht doch nicht mit meinem Beutel, junge Frau! Ist das ein Against? Ich bin auf der Flucht! Ausweis! Ich freue mich!